Musik Da ich ja im Vertrieb für die Hotellerie, Catering und Apartments in Wien zuständig bin, bin ich natürlich ganz viel in ganz Wien unterwegs. Ich arbeite in der Boutique in der Mahlerstraße im ersten Bezirk. Es ist ein sehr schönes Ambiente hier, auch der erste Bezirk. Es macht immer wieder Spaß in der Früh, wenn ich die U-Bahn-Treppe rauffahre und sehe gleich einmal die Oper von mir. Ich bin zuständig für die digitale Akquisition von Usern, dass sie auf unsere Webseite kommen, auf unsere Online-Boutique, die Mobile-App, Social Media. Wir pflegen eine Du-Kultur, ein freundliches Miteinander, auch mit dem Boutique-Manager, Boutique-Assistent-Manager. Wir sind alle per Du untereinander und das fördert natürlich auch den Teamgeist. Bei Espresso Österreich gibt es diverse Benefits. Wir erhalten Essensgutscheine, es gibt Mitarbeiterrabatte und eine betriebliche Gesundheitsvorsorge und ich kann täglich den besten Kaffee trinken, den es gibt.